Alter, ist hier viel Quarz! Was bist du denn? Ich komme nie wieder raus. Ich bin da in so eine Höhle nach unten gegangen. In der Höhle nach unten? Ja, die war ganz in der Nähe von dir. Und da ging es so ein Stückchen nach unten. Und da bin ich jetzt noch mal ein Stückchen nach unten. Huch! Warte, ich versuche mal wieder rauszufinden. Hier, guck. Warte, andere Seite. Ja, nein. Andere Seite oben. Ein Stückchen. Nicht so weit oben. Andere Seite. Guck. Dreh dich um 180 Grad. Ah, da. Und da ist viel Quarz drin, sagst du. Da war mal viel Quarz drin. Mittlerweile ist da, glaube ich, nicht mehr so viel Quarz drin. Ah, Vanilla Berry. Wie, gestorben? Ja. Du schaffst es doch immer wieder raus. Durchle Zombie. Was machst du? Jenny, ich würde sagen, wir gehen mal noch mal raus. in eine andere Richtung, oder? Ähm, das können wir tun, natürlich. Weil ich, ah, guck mal hier unten geht es auch noch weiter. Nur aufpassen, dass ich hier nirgendwo rein plumpse. Und dann passt das schon. Oh Gott, das ist ein Lavasee. Ja, da oben an der Decke ist noch was. Ich höre Gas. Sehen aber nicht. Ja, die Gas, die höre ich irgendwie schon die ganze Zeit. Also die scheinen hier auch irgendwie eine Überpopulation zu haben. Die müssten wir mal auslöschen. Was? Was? Vor? Achso, vor einem Skelettpferd angegriffen wurde. Hupsi. Das ist natürlich nicht so toll. Alter Schwede. Alter Schwede. Hier geht's echt tief runter, Jenny. Wo? Klönk, da war deine Spitzhacke im Po. Hast du noch eine? Ja. Hab ich. Aber ich gleich nicht mehr, deswegen mach ich mir noch eine. Ja. Der klingt so nah. Ja. 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 So wie der klingt, ist er bestimmt nicht. Der klingt auch sehr unfreundlich. Der klingt nicht kleines Baby. Aber der ist bestimmt ultra freundlich. Lass, lässt du, ja wenn du ihn so doof natürlich anmachst, ne? Dann ist es klar, dass er ein bisschen angekackt ist. Guck mal, hier geht's voll tief runter. Und da gibt's Magma. Kann man aus dem Magma schon irgendwas machen? Magma? Ja. Magma-Blöcke? Ja. Magma-Blöcke? Magma-Blöcke gibt es ja jetzt hier. Oh, Schleimi. Ich glaube, drauf stehen kann man nicht, ne? Auf den Magma-Blöcken. Ist sie. Ist sie. Das sind voll viele Magma-Blöcke. Wie, ist das, sie auch gestorben? Weiß ich gerade nicht. Ja, sie ist von einem Skelett überfallen worden. Der Gäste ist wieder beim Portal in der Nähe. Hm, ich seh auch einen. Kann es sein, dass das der gleiche ist? Nein. Nee, ist in eine andere Richtung. Ich habe eine Neverfestung gefunden. Geilo. Kann man auf die Magma-Blöcke drauf oder verbrennt man? Du verbrennst ganz langsam. Wenn du sneaks, dann tun sie dir, glaube ich, nix. Wenn du sneaks, tun sie dir echt nix. Nein, das ist Lazy. Das ist Lazy. Dann geh doch weg. Wohin? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Dann geh einfach nochmal da hin zurück, wo du hergekommen bist. Und dann stellst du dich irgendwo sicher unter. Und dann schaffst du das schon. Ich hab mich jetzt eingebaut. Sehr gut, das ist die Jenny-Taktik. Siehst du, immer mit meiner Taktiken werden angewandt. Ja, ja. Meine sind scheinbar zu offensiv. Ja, klar. Ich renne immer rein. Mit der Jenny-Taktik bin ich noch nie gestorben. Ich bin mit meiner Taktik auch noch nie gestorben gegen Blazes. Es war immer nur sehr knapp, ja. Hast du in diesem Projekt überhaupt schon Blaze gesehen? Nein, aber in den anderen Projekten halt. Vor allem, er ist ja auch noch nicht irgendwie gestorben, dieses Projekt oder so. Ja, nee, das nicht. Aber das lag ja nicht an den Blazes. Das lag ja an den... Nein, nein. ...an den Skeletten. So, wo bist du denn, Jenny? Hinter dir. Achso, ja. Ich dachte, du bist noch hier irgendwo. Können wir uns vielleicht irgendwie verständigen, wieder zurück zu gehen? Bitte? Das können wir. Ja! Falls du und ich noch mehr Magma haben möchtest, weil... Ich habe 40 Magma, das sollt ihr reichen. Ich hab 10. Will vielleicht mir jemand bei der Festung helfen? Wenn du willst. Ja, wir müssen... Was ist das da? Ah. Wir müssen einmal zurück zum Portal. Lagern da unsere Sachen ab. Und dann könnten wir in die Richtung kommen, oder Jenny? Ja. Schreib mir die Koordinaten in den Chat. Wir kamen von da oben. Jo. Und ich glaube nochmal von da oben. Nee. Äh. Könnte es sein, dass wir von hier kamen? Nein. Ich bin mir gerade... Du warst irgendwo oben. Und wolltest da runter. Oh Gott, da ist ein Enderman. Ja, welche Koordinaten hatten wir denn... Oh Gott. Welche Koordinaten hatten wir denn nochmal? 14, 8. Ja. 14... 8. Da müssen wir in die Richtung. In die da so ein bisschen. Okay, da müssen wir hier jetzt so hoch. Alter, ich hasse das wegdrücken. Stimmt, und da hinten einmal rum. Jetzt weiß ich wieder, wo ich lang gelaufen bin. Das kann gut sein, ja. Und ich scheine hinterher gelaufen zu sein. Nee, Quatsch. Da hinten ist, glaube ich, mein Abgang, oder? Den ich gebaut habe. Nee, du hast da hinten einen Abgang gebaut. Und ich bin hier. Ja, auf der anderen Seite. Genau. Ich habe nämlich auch überlegt, ob ich hier rum gehen soll. Aber das war mir dann doch zu lästig. Und deswegen habe ich den direkten Weg gewählt. Hier sind auch wieder Fackeln. Was ist das denn? Also Fackeln sind wahrscheinlich von mir. Die führen irgendwann zum Leatherportal zurück. Ist er gestorben? Nee. Äh, unser Portal ist in die Richtung. Andere Richtung. Ja, das hier sollte auch ein Weg sein. Dem bin ich, glaube ich, eben mit Wermgill gegangen. Okay. Wo geht es dir, Wermgill? Hallo, ich bin zurück. Ja, hier kann man jetzt so ein bisschen runtergehen. Und dann geht man hier außen rum. Und hier habe ich gegen den Gas gekämpft. Und dann hier rechts um die Ecke. Und dann ist ja schon Sassy Korn. Was macht sie denn? Witzig. Gigi, schreibt sie erst mal. Mein Hund beim Neverportal. Er vermisst dich. Ich stelle immer lieber in den Zaun. Ich bin da. Okay. Ich mache meine Hunde quer verteilt im Raum. Die werden rumgeschoben. Vielleicht liegt es daran. So, wo ist denn dieses Portal denn jetzt? Nee. Minus 87, 90. Minus 87, 90. Okay. Okay. Dann müssen wir erst mal in die Richtung rennen. Minus 87. Warte. Ich warte. Ich habe nur noch zwei Fleisch. Schaffe ich das? Hat noch jemand was zu essen von euch? Ja, ich habe noch zehn Stück dabei. Okay. Minus 87. Okay, wartet auf mich. Also kommt mit. Ich muss noch Essen holen. Ich habe nichts mehr. Okay. Dann warten wir. Okay. Und zwar an dieser Fackel. Okay. Wir haben kein Essen mehr. Ich weiß ja auch nicht. Also irgendwer hat auch schon in der letzten Folge gesagt, dass wir dauerhafte Essensverpflegung haben, weil sich irgendwer darum kümmert. Aber irgendwie ist bis heute nicht so wirklich was davon rübergekommen. Nee, also wenn wir aus dem Nether raus sind, dann hole ich mal ein bisschen Essen. Das wird nämlich langsam echt knappi. Mhm. Dann bin ich gestorben und dann war es weg. Dann musst du deine Todesstelle wieder finden. Dann geht es jetzt wieder los hier, ne? Bisschen anstrengend, Leute. Hat jemand von euch ein bisschen Essen für mich? Ja, ein bisschen habe ich noch. Ja. Sonst, was haltet ihr davon? Ihr geht in die Festung und ich sorge dann dafür, dass wir Nahrung kriegen, nicht dass wir in der Halle fangen. Ja, das ist ein Plan. Einfach das Zombie-Fleisch. Einfach das Zombie-Fleisch. Ich komme. Ich habe das Zombie-Fleisch, aber egal. Kannst du mein Essen haben? Kannst du mein Essen haben? Wenn ich dann... Brauche ich es ja nicht. Bei dem Geld. Danke. Bei dir denn? Lachst du bitte einmal... Drehst du dich mal bitte in die andere Richtung? Ich komme. Nee, zu mir schon, aber nach da gucken so ein bisschen. Siehst du mich hinten ran? Nicht so viel. Nach mich... Ja, genau. Und jetzt einmal schön freundlich, bitte. Danke. Danke. Dankeschön. Wir müssen ein bisschen Essen haben. Ja, mal das Essen. Ähm... Du läufst jetzt einfach in die Richtung weiter und dann siehst du die schon da unten stehen. Okay. Danke. Bitte. Ah, da sind sie ja. Mhm. Okeli dokeli. Äh... Was war das jetzt? Minus 87. So ungefähr beides minus 90 circa. Ne, plus. Das andere war doch plus, oder? Ja, plus. Ich glaube für beides minus gewesen. Ich glaube auch beides minus. Ach, minus 87, minus 90. Okay, ja, da müssen wir in die Richtung. Minus 87. Da müssen wir auch nochmal ein Stückchen zurück, aber ich denke mal, die sehen wir dann schon mal, wenn wir in die Nähe kommen. Achtung, die Koordinaten sind ganz in der Nähe eines... Äh... Ja, das ist ja wurscht. Ah... Okay, dann müsste die ja gleich hier schon irgendwo sein, ne? Ah ja, guck mal hier. Da ist er schon. Geilu! Weil ich hab Fackeln für den Heimweg wieder gesetzt. Da unten sind Lohen. Okay. Ja, geradeaus. Ach komm, was Protektiv ist geschafft! Yay! Juhu! Ach komm! Vorsicht! Aua! An! Das hier wird wieder so in unseren Essensvorräten zehren. Nice! Eine Lohnroute für uns. Oh, das ist... Und Netterwarzen. Und Netterwarzen. Die könnt ihr da mal mitnehmen. Ich mach hier mal noch so ein bisschen Beleuchtung. Hier hin sind noch mehr der Wartzen. Da. Ja, Achtung! Oh lol. Ich bin was geläts! Kann es mich mit seinem Fluch töten? Naja, aber das... Ja, du musst sonst noch Schaden bekommst. Ich mein, man muss noch sonst woher Schaden bekommen. Du bist ganz am Ende meinte ich, äh... Tötet einen selber nicht. Oh Gott, nur ein Zombie-Pigman. Nicht schlagen. Beinahe wär's schon wieder soweit gewesen. Alter, wer wirft denn hier die ganze Zeit mit dem ganzen Kram? Oh Gott, noch ein Witter-Skelet! Oh Gott! Aber nach dem Witter-Skelett, das ist meine Kiste! Ach du, hinter dir auch noch! Ach du, hinter dir auch noch! Nein! Hilfe! Äh... Ja. Alter! Und wir haben echt nur... Kacke! Schwerter und so. Aber ich hab zwei eiserne Pferderüstungen gefunden. Ich bräuchte jetzt Hilfe! Nein! Nein! Okay! Ach du Jemeni! Was macht denn da bitte ein... Schlitz in der Wand? Ja, vor allem wie tief das da runter geht. Das ist ja wohl übel krass! Ich bin durch diesen einen... Voll gerockt die Flachen! Ja komm, ich buddel mich mal hier langsam runter. Vielleicht schaffe ich dich hier unten zu sterben. Ich komm nochmal. Vor allen Dingen, ich hätt den... Ich hätt den Dingens wahrscheinlich sogar überlegt wie ein Sturz, wenn ich volles Leben gehabt hab da. Aber dieses Skelett hat mich leider so weggezogen. Ah, ich weiß nicht. Wie viele Blöcke geht's denn nach unten? Bei 23 stirbt man. Äh... Weit. Sehr weit. Zu weit, ne? Weniger war es nicht. Okay. So, den Restmensch, den springe ich jetzt. Es sind zu viele Bömer-Skelette. Oh nein, ne Loha kommt hier zu mir runter. Oh, stirb. Das Doofe ist halt, dass hier im Nether einfach kein... Ähm... Wasser funktioniert. Das wär halt schon viel... Wert. Haben wir nicht nen Sattel? Keine Ahnung. Hat jemand... Hat jemand von euch nen Sattel gefunden? Ja, einen hat man. Ja gut. Dann haben wir doch einen. So, ich mach jetzt hier zu. Oha! Wie geil ist das denn? Wir sind in einer Netherfestung gelandet. Doch der erste Tod ist natürlich vorprogrammiert. Ich versuch's aber weiterhin. Und hoffe, dass ihr mit Spaß weiterhin zuschaut. Ich würde mich auf jeden Fall selber einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Und auf Wiedersehen. usehen. Ciao! 2